Ich will nochmal vielleicht verschärft auf dieses Thema eingehen, denn ich glaube, was sicherlich so die Basisanforderung ist, aus Unternehmenssicht, ist das, was wir unter diesen Digitalkompetenzen gesehen haben. Einmal in diesem Extrembereich, also ich habe Leute bei mir, die entwickeln tatsächlich Algorithmen, das sind ja die absoluten Techies und da muss es einen Weg geben im Bildungssystem, wie die zu uns in die Unternehmen kommen. Das ist der eine Part. Der zweite Part sind für mich ein Stück weit Grundkompetenzen. Rechnen, Schreiben, Digitalisierung. Das ist so für mich, was jeder irgendwie mitgenommen haben muss. Ich möchte aber auf eine Beobachtung hinweisen, die auch in der Präsentation sehr stark durchklang und die mir ganz, ganz wichtig ist. Das ist das Thema, das die Digitalisierung dazu führt, dass Kompetenzen am anderen Seite des Spektrums, nämlich auf der Beziehungsseite, auf der Kreativitätsseite, damit noch stärker in den Vordergrund rücken als vorher. Und ich will nochmal aufgreifen, was gerade gesagt worden ist. Ich bin selbst zuständig bei uns für alle HR-Services global weltweit. Das sind ungefähr 1000 Mitarbeiter, die sämtliche auch Administrationsthemen von HR machen. Also nicht nur Learning und Training, wie wir jetzt unterstützt haben an der Stelle, sondern auch zum Beispiel Abrechnungsthemen. Und da gibt es drei Typen von Arbeit, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte in dem Modell, wie ich sie gerade verstanden habe. Das sind einmal die Leute, die können Prozesse befolgen. Das ist die Arbeit, die ich entweder schon aus Rumänien heraus mache oder in Deutschland behalte, aber komplett automatisiert sind. Befolge Prozesse nach Anweisung ist keine Kompetenz, die wir in Zukunft in den Unternehmen benötigen. Dann betreiben wir gerade ganz viel Upskilling-Initiativen, um Leute, die Prozesse befolgen, dazu zu bringen, vielleicht die Prozesse zu machen, zu ändern. Dem Algorithmus zu sagen, wie er denn funktionieren sollte. Das ist eine Kompetenz, die geht leicht nach oben. Was ich aber eigentlich brauche, sind Leute, die Prozesse komplett neu denken in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen, weil auch da ist Digitalisierung absoluter Game Changer. ESS-Systeme, also sprich Employee Self Service, stellt alles auf den Kopf. Es gibt heute auch kein Tankwart mehr, auch seit 50 Jahren übrigens nicht. Das sind alles Themen, die an allen Stellen reinkommen. Und ich will nochmal eine Sache kurz nutzen. Für mich ist das wie beim Kochen. Thermomix ist weg. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht 1, 2, 3 und kipp die Sachen rein. Das wird keine Beschäftigung sein, die wir in Deutschland auch nur annähernd langfristig halten können. Leute, die in der Lage sind, diesen Prozess zu beschreiben, wie dann zum Beispiel Computer diesen Thermomix automatisch beliefern, das ist etwas, was wir immer mehr brauchen. Aber eigentlich brauche ich Leute, die neue Rezepte erfinden. Und das wiederum ist für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch in die Bildungssysteme. Ich brauche keine Ausgebildeten, Angepassten. Ich brauche Innovation. Ich brauche Kreativität. Ich brauche Querdenker. Ich brauche Leute, die Komplexität über kritisches Wissen in irgendeiner Form mitbringen. Und das ist die Art von Typen, die wir in Unternehmen jetzt schon suchen und meine These in der Zukunft an allen Stellen, nicht nur in Großunternehmen, immer händeringender suchen werden. Insofern ist das ein ganz großer Appell, neben dem Thema der Wichtigkeit der Digitalisierung im Sinne von Basic Skills und Tech Skills auch diese andere Seite mitzunehmen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich, und da spreche ich jetzt als Bürger dieses wundervollen Landes, auch das Thema Beschäftigungssicherung mit sich bringen wird, wo wir sonst in ganz andere Thematiken reinlaufen, die ich sehe. Und wir haben das Ziel mit unserer Initiative, in den Payroll-Bereichen genau das gerade hinzubekommen. Das ist nämlich nicht nur, wie bringe ich die Leute neu rein, sondern wie motiviere ich auch zum Upskilling. Und das zwar nicht angstbasiert, sondern zukunftschancenbasiert. Und da sind wir gerade dran. Insofern ein Riesenappell von meiner Seite. Ich brauche mehr von diesen Profilen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Insofern freue ich mich immer über solche Initiativen, die, glaube ich, vom Mindset her genau in diese Richtung gehen. Und ich freue mich auch, dass Angela da ist, die nochmal viel stärker aus einer Ausbildungssicht, vielleicht auch nochmal deutlich besser als ich, auf konkretere Kompetenzen hinweisen kann. Aber das große Bild, das war mir als Appell einfach hier in die Runde ganz wichtig. Und insofern freue ich mich, dass es hier so einen Austausch gibt. Vielen Dank von meiner Seite jetzt schon mal. Ja, hallo, auch in der Runde. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Deswegen, ich brenne für die digitale Bildung in meiner Funktion, aber auch privat. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich betreue hier die kaufmännische Ausbildung am Standort Hannover. Oh, jetzt ist hier gerade meine Batterie fast leer, aber ich hoffe, ich kann gleich nochmal umswitchen. Ich betreue also ungefähr 170 kaufmännische Auszubildende und duale Studenten und ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt im Rahmen hier auch des Lockdowns, der passiert ist, dass ich von heute auf morgen mit meiner gesamten Mannschaft ins Homeoffice umgezogen bin. Warum hat das funktioniert? Weil unsere Auszubildenden Kompetenzen mitbringen, die, ich glaube, ganz wichtig sind und Steffen hatte schon einige erwähnt und ich würde die ganz gerne nochmal so aus meiner Sicht kurz zusammenfassen. Klar, digitale Kompetenz ist ganz wichtig, bringen die meisten mit und untereinander sich das beizubiegen, das funktioniert auch ganz großartig. Wir machen unsere Kompetenzen an den Werten fest und wenn ich darauf schaue, war Vertrauen ganz wichtig, Vertrauen in die eigene Fähigkeit, das zu wuppen, Vertrauen, dass wir die Situation schaffen, aber auch Vertrauen, dass auch nicht alles gut läuft, sondern dass auch manches das Fehler passieren. Also das war ganz offen das Thema Vertrauen, die Basis muss da sein und wie gesagt, der Mut auszuprobieren. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Gewinnermentalität, zu sagen, Mensch, wir schaffen das, wir kriegen das hin, diese schwierige Situation mit kreativer Problemlösung und da ist sie wieder, auch wirklich zu wuppen. Also dass wir wirklich sagen, Mensch, das Problem ist da, wie kriegen wir das hin, wer hat Ideen? In der Zeit besonders gelernt, klare Kommunikation ist eine ganz wichtige Fähigkeit, auf Distanz trotzdem alles auf den Punkt zu bringen, jeden mitzunehmen. Das sehe ich, also kommunikative Fähigkeiten ganz, ganz weit vorne. Und wir haben die Freiheit als Wert, Freiheit bedeutet Verantwortung, Verantwortung für sich und andere, auch das hat super, super gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, die Verbundenheit bedeutet für uns die professionelle Zusammenarbeit, die Fähigkeit, wirklich zu kooperieren und das hat uns geholfen. Und da ist vielleicht ganz wichtig, wir haben schon solche Auszubildenden, wir wollen mehr davon und das ist natürlich auch dazu da, um die Talentpipeline zu füllen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an diese Talente ran und da ist es so, wir haben gelernt, eine Mathe, eine Eins in Mathe, eine Eins in Deutsch, das hilft uns nicht. Das kann passen, dass auch die Kompetenzen da sind, muss aber nicht sein. Also so gesehen für uns ganz wichtig, dass wir sagen, so ist die Chance zwar nicht so leicht, die richtigen Talente rauszuwinden, weil wir können uns auf Noten nicht verlassen, aber die Gewissheit, der Pool an Talenten ist wahrscheinlich viel größer. Und da kommt so ein bisschen ins Spiel, jetzt müssen wir die jungen Menschen begeistern für unsere Berufe, für unser Unternehmen und das können wir ganz toll über Berufsorientierung. Und ich bin es leid, mit Präsentationen an Schulen zu gehen, das möchte ich nicht, weil A, bin ich viel zu alt für die jungen Leute, das interessiert höchstens noch die Lehrer oder die Eltern oder die Ausbildungslosen, was ich erzähle. Ich nehme immer meine Studenten mit und die machen mit den jungen Leuten Experimente, sie bringen Sachen mit und das wollen wir nächstes Jahr ausbauen und hier auch mit einbringen in die Runde. Wir wollen Content schaffen für digitale Bildung, wir wollen Tüftelboxen zur Verfügung stellen. Meine Auszubildenden, die Studenten der Wirtschaftsinformatik und Embedded, die haben gerade einen Workshop organisiert, fünfstündigen Workshop, Chatbot-Programmierung mit Python. Das wollen wir, wenn wir es intern ausprobiert haben, an die Schulen bringen. Wir wollen Erlebnisse schaffen. Wir wollen, dass die jungen Leute sehen, ihre Selbstwirksamkeit erleben. Und natürlich auch da, und das ist so mein Wunsch, wenn ich was mit einbringen kann, was ich mir wünsche, ein gemeinsames Verständnis für digitale Bildung schaffen und auch so Hürden abbauen. Ich habe hier oft gehört, wir hatten jetzt einen Piloten mit der Harber Digitalwerkstatt für Mitarbeiterkinder. Ach, Mensch, jetzt setzen wir die Kinder noch mehr vor den Bildschirm. Nee, das ist nicht digitale Bildung. Und wenn ich da den Beitrag leisten kann, hier aus der Ausbildung der Continental mit Content die Schulen mit digitaler Bildung auch zu versorgen, das wäre so unser Beitrag. Ich hoffe, dass auch im Sinne der Gemeinschaft und auch da, das fand ich so schön, auch von Richtung Wolfsburg und Nutzfahrzeuge, auch da laden wir ein. Das müssen wir nicht alleine machen. Wenn wir mit IT-Lern arbeiten, die Lust dazu haben, ihre Begeisterung weiterzugeben, das wäre zum Beispiel ein Thema, was uns ganz wichtig ist, die IT. Dann, wie gesagt, kooperieren wir da auch super, super gerne und können da gemeinsam am Standort was rufen. Und dann, wie gesagt, kooperieren wir da auch super, super gerne und können da auch super, super gerne und können da auch super gerne. Und dann, wie gesagt, kooperieren wir da auch super, super gerne und können da auch super gerne.